Hi, ich bin Marie von den Benken und ich bin Model, Autorin und Neudeutsch würde man mich vermutlich auch als Influencerin bezeichnen. Wir brauchen die Sozialdemokratie, um, wie der Name schon sagt, eine soziale Demokratie zu erhalten. Das ist vor allem in der heutigen Zeit immens wichtig. Ich wünsche mir von Olaf Scholz und von der SPD, dass ihr euch weiterhin für die Belange aller Menschen einsetzt, aber auch aller Lebewesen. Vor allem wünsche ich mir viel mehr Tierschutz. Aber damit werde ich euch so oder so zukünftig gehörig auf die Nerven gehen. Wir stehen vor herausfordernden Zeiten. Darum brauchen wir eine Regierung, die die wichtigsten Themen in den Fokus rückt und dennoch die soziale Verträglichkeit dabei nicht vergisst. Darum setze ich mein Kreuz bei der SPD.